Musik Okay, meine Freunde, das ist heute und ich begrüße euch recht herzlich zum achten Part Pokémon Feuergrüne Edition Ja, meine Freunde, im letzten Part, was haben wir da gemacht? Wir sind kreuzgewehr durch den Gameboy gereist, waren in Pokémon Blau, bei Zelda waren wir in Tetris, ja, war richtig strange, jetzt war meine Höhle, ich hab sie erkundet für euch, weil sie ziemlich lang war und ja, jetzt sind wir hier, da sind wir jetzt und was ist das? Nicht das HQ von Team Schockett, das HQ ist in Fatal City, okay, lass mal eingehen, Schockett HQ, haben die uns etwa angelogen, jetzt sind sie doch in die Wagen, Schockett ist doch komplett okay, okay, ja bist du, hey, du willst hier keine Tauboga gegen Trainer, ey, deswegen ist mein Tauboga, Arsch, los, wünsch los, jetzt kommt man mit Radfratz, oder? Ja, ähm, was können wir uns erzählen, ja, unser Tauboga hat sich entwickelt, ja, noch ein Radfratz, sehr geil, Beschmale weg, ne, hätte ich gesagt, wünsch los, und wir schauen mal schon, was passiert, also ich will auf jeden Fall dieses HQ aufräumen und noch mal schauen, noch mal ein paar IP, danke, also wir wollen ja das E und die Pokémon zurückbekommen, haben wir ja Glück, das Glomander würde ich mir schon noch gerne abholen dann, weil wir haben einen Glomander von Professor Eich bekommen, sorry, ich muss kurz was schauen, noch meine Katze da, äh, hat er ja noch ein, keine E, so, okay, er ist jetzt nur Radfratz ein, ist okay, alter, aber die machen gut Schaden, Junge, meinem Tauboga gefällt es jetzt nicht so ganz, nein, wie kann es sein, dass du meine Radfratzer-Mäbis-Siegs hast, vielleicht hätte ich doch mehr als ein Pokémon entwickeln sollen, schon genannt langer steht, praktikal in den Kampf, ja, ich möchte wechseln, los, Sherlock, ist mein Zauber, Sherlock, Alter, ist gar gar eine Chance, Junge, boah, wie hässlich schaut es aus, nicht gegen den Entwickler, aber das hat ich halt schon einigermaßen aus, der Junge, wieso bist du schon, als ich durch deine Drecksack, da, da, okay, fast Level 22, komm ja nicht auf die DDR umzustellen, die PC ist ja nicht Passwort gesichert, es wäre der Arg und wir von dir, wenn jetzt unsere Spenden nachzulesen, ähm, ja, lass mal schauen, mal sehen, was die hier so für Spiele haben, Tetris, Zelda, Pokémon Blau, nein, danke, von den Spielen habe ich erstmal genug, aber hier ist noch eine Datei offen, jetzt wird mir einiges klar, Team Schogget hat die Pokéballfabrik unter Kontrolle, kein Wunder, dass man keine Pokéballe kaufen kann, was, man kann keine Pokéballe kaufen, Michael findet Top Genesung, Michael findet Hübertrank, danke, kurz einmal, mal sehen, was die hier so solche Ges lacela, das ist eigentlich das gleiche, ja gut ist was, dann lass jetzt einfach mal weiter schauen, okay, hier gibt es nichts, hast du schon noch was, ne, solche, äh, die, Ich hätte so gerne einen Killia. Das ist viel besser als so ein blödes Mauzi. Ja, Killia ist ein schönes Pokon. Tauboga. Hallo, ehemütiger Gegner. Uah. Au. Mann, wieso bist du so stark, Alter? Bist du schon wieder wechseln oder was? Ja, Leute, da bin ich wieder. Sorry, dass ihr gerade diesen Cut haben musstet. Ähm, wieso war das? Weil meine Tiere gerade rumgejammert haben und ich kurz nachhin sehen musste. Ja, okay. Taubsee ist down. Gibt gute Level. Nice. Nö. Ah, lol. Golbert. Irgendwann ist das ganz schön schaden, aber ich muss dringend meine Pokémon leveln. Ich stecke zurück. Was? Ach du Scheiß, ich glaube ich bin... Ja, ähm, so viel dazu. Äh. Vielleicht hätte ich doch mehr als ein Pokémon trainieren sollen im Nachhinein. Wäre das vielleicht logisch gewesen. Ich weiß nicht. Ne, man hat's doch keine Wirkung damit. Ja, bis irgendwer so war. Ich muss meinen Schillockner wieder aufwecken. Bist du dumm? Das macht keinen Schaden, Depp. Ach du Scheiße. Ähm. Ähm, das ist blöd. Ja, äh. Das ist dumm. Nein. Habe ich Beleber oder so? Oh ja, ich hab Beleber. Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre jetzt das Ende, Alter. Oh mein Gott. Oh, danke Kleinstein. Okay. Surfer. Oh, bitte. Überlebt das. Alter Schwede. Star, okay. Schocker-Handlanger. 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 Kill ja. Oder Maunz in den Kampf. Weiß das selbst nicht so genau. Ne. Lol. Was bist du? Okay. Ja, das ist egal. Dringend muss ich mal... Alter Schwede. Digga, scheiße. Ich kriege gerne auf den Sack. Scheiße, scheiße. Ey Leute, ich kriege gerne auf den Sack, na? Ach du Scheiße. Ich muss dringend meine Pokémon leveln. Fuck. Bitte trifft jetzt nicht so oft. Bitte. Nein. Mann, du Dreck. Sag, was ist dein Lebensinhalt? Junge, ich hab jetzt schon kein Bock mehr. Sehr viel zu über Power. Junge, was ist denn das? Ich hab mir ja noch nicht mal Schaden gemacht. Hä? Junge. Ey, ich muss dringend in meine Pokémon leveln. Ey, das ist schlimm. Immer hin. Ja. Auf, wie los. Ja, aber das ist gut. Ey, du musst es jetzt schaffen, na? Ey, Junge. Okay, das zieht gut ab, Alter. Das zieht gut ab. Daneben. Oh. Oh, mein Gott. Was war das? So, ein Kill. Ja, er sieht auch nicht viel aus aus der Maus hier. Alter Schwede. Junge. Was ist denn das? Kann man hier irgendwas in der Pokémon heilen? Ich hab noch nichts gekauft, na? Heilen wir den? So. Junge. Okay. Passiert hier noch was? Wieso hier komme ich so schnell nicht durch? Hm. Wie komme ich jetzt hier durch? Boah, Alter. Keine Ahnung, ey. Hier ist noch ein Raum. Hä? Komme ich da jetzt durch? Oh, lol. Was ist das? Sicherungskasten? Hm. Ja, eigentlich. Wie komme ich da jetzt weiter? Wir müssen mal ansprechen. Ne. Leute, ich muss wieder kurz Aufnahmen stoppen und schauen mal kurz an, wie ihr das gemacht ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Freunde, ich weiß wieder, wie es geht und ich bin dumm, weil ich hab meine Pokémon jetzt gehalten. Wir müssen nämlich zurück. Wir müssen zurück zum, diesem Wanderer da. Alter Schwede, Mann. Mann, was war das? Wir haben uns eingeheizt, Leute. Ich sitze kurz schütze. Ich hab jetzt keinen Bock, Alter. Weil ich muss schocken. HQ ist anscheinend keiner mehr. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier hin. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie raus. Ne Tür, bitte. Hallo. Junge, gib mir doch einfach eine scheiß Tür. Was ist denn das? Ey, krass sie aus, ne? Hier ist auch nichts. Ist doch ein Joke. Boah, das ist doch ein Joke. Das ist doch ein fucking Joke, Alter, oder? Hm, da ist die Tür. Junge, den nervt mich nicht. Ja, ja, ja. So. Wo ist das Einsiedler? Da. Okay, dann heilen wir nochmal die Pokémon schon hier schnell. Okay, danke schön. Puh, Leute, Alter. Ich muss wirklich dringend in meine Pokémon-Level. Level, ne? Alter, das ist schlimm. Aber jetzt sind die da nicht mal da. Route 4. Okay, Antintacher. Toboga, du levelst dich jetzt mal auf Bit of Level 20, ja? Damit du irgendwas lernst. Junge, ey, was ist, was ist denn kritisch? Ja, das ist ja down. Danke, Level 20. Dann lernt ihr nämlich auch was, Leute, wisst ihr? Was? Ist das so grün? Ist das hier verseucht? Äh, ein wildes Mutant Z3 erscheint? Was? Was bist du? Oh Gott. Was zum Teufel? Was bist du? Was ist da für los? Einmal kurz. Okay, super. Okay. 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 Ich bin kritisch, Junge. Ich bin kritisch, Junge. Was ist das? Was ist das hier, Alter? Voll mutiert, Alter, Junge. Team Schocket, ey. Was ist mit euch? Das ist der E3. Ist der E3. Ich bin zweimal nicht. Wie will ich das abzüht? Los, Sherlock. Bis. Surfer. Wir sind ja alle schneller als ich. Was ist denn das? Ich verstehe es nicht, ne? Ja, komm. Alter. Maul halten. Ich brauche ein Pokémon Center dann nochmal. Ohhhh. Alter, ich habe jetzt schon keinen Pokémon, ey. Ohne Witz. Meine Pokémon sind so schwach, ne? Wir können ja erstmal einen Speicherpunkt. Ah, Junge. Okay. Was ist das jetzt hier? Eine Höhle. Wir wechseln. Wir wechseln. Zu Schillock. Weil Schillock erreicht gleich Level 23. Okay, eine Höhle. Okay, noch so ein Mutant, aber die können wir gut mit Schillock bashen. Ja, Schillock muss halt wenigstens vielleicht ein... Nein, ein animbares Level kriegen. Ja, 23 ist sehr gut. Ja, damit Level zu schön. Ja, okay, du bist auch tot. Ja, Level die schon, ich habe da nichts gegen, ne? So. Ist da auch weg? Okay, hier sind immer noch die Infizierten. Die Infizierten. Ja, danke für den Pokéball. Eigentlich brauche ich eh wieder Tränke. Damit kann ich mich wieder ein wenig... Oh, danke. Damit kann ich wieder mein Item voller ein bisschen hochstocken. Das ist gut. Finde ich gut für den Weg, dass wir da ein wenig was reingepackt haben. Oh Gott. Ja, okay, den bashen wir auch. Ich könnte meinen Schillock theoretisch jetzt auf Level 24. Sonst nicht sehen, aber... Ich denke, das tut es auch, wenn ich das so mache. Okay, was ist das? Aber wir gehen noch nicht dahin. Achtung, mit hier der Pokémon. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö dass die schlüssel der fabrik gegeben haben schon geflohen sind kann sie gerne haben wenn du mir die baupläne aus der fabrik holst du brauchst du denn die pläne sagt es doch nicht du wirst jemand bälle herstellt ja aber das sind nur pokébälle super bälle sind zu hoch für mich stimmt die kann man nicht aus aprikoko herstellen aprikoko soll ich aus obst bälle herstellen pokémon essen die bälle doch eher auf dass sie damit fangen lassen ja lustig mein geld fabrikschlüssel ok ok ja neue missionen leute ab zur buchwahl fabrik route 6 lol mutan die x1 okay dann müsste das eigentlich ja ok ja das bringt es auf jeden fall also ich sage unser schluck der erreicht heute noch das stattliche level 24 sag ich und unser tauburger leveln wir im nächsten part auf screen so ist tot ok achte mutierte pokémon hier überall alle adi team aqua musik lol lol was für ein qualm alter was ist denn das danke top genesung finde ich gut was haben sie euch angetan ein beleber danke die werden wir alle brauchen da ein sonderbonbon nice benutzen wir gleich und ist doch obwohl die wollte ich nicht behalten wenn ich wenn dann gebe ich meinem schluck wenn es so level keine ahnung was ist damit es sich dann entwickeln kann ist ihr versteht ihr versteht ihr das ist der witz der ganzen geschichte ok wie kann ich jetzt da hin ahja so da 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 und oh pokémon fabrik der unten drunter steht nicht von dem schocken übernommen ok mein gewinnungs fabrikschlüssel oh die musik oh nein diese warbfelder oh nein die teleportieren uns wo sind wir okay ist nichts oh gott ich sage euch das wird wieder so ein ewiges gesuche und alles okay ich habe jetzt schon die orientierung verloren leute na also nicht wundern hier will ich jetzt okay jetzt okay das ist für uns zurück dann gehen wir mal hier ah ja okay weil ich dich daran erinnern lang zu gehen ist das noch lange nicht der richtige weg du sollst mir glauben wieder umdrehen in dem nächsten teleporter gibt es nichts ja da denke ich erst recht darauf hallo oh gar streit wow teckel also so schwach ist mein schiller geht auch nicht und nice level 24 schutzschild gute gute attacke ja wir benutzen schutzschild mal wirklich ne stecke los okay schutzschild okay schutzschild okay heilen okay gut aber junge mit einer scheiß danke dass du triffst nein kämpfe werden jetzt so nervig ja danke junge was ist das ich kotze im schreiß ne junge gehen wir nicht auf der ja natürlich gibt es hier was du dreck sagt okay die ist ja noch ein bisschen leer ja was denn naja ich konnte unglaublich interessante Pokémon finden du wirst richtig einfach süß sein ja ja du hast einen Mutanten wahrscheinlich ne ja ja so stark ist dieses Pokémon jetzt auch nicht ich muss wahrscheinlich einen Äther benutzen wenn ich einen hab okay wir wechseln schau boge oh Gott zum Beispiel hast du nicht getroffen das zieht mir den Dreck und was der steht noch jetzt hat oh Gott so Mutant E2 ja wir wechseln okay Schillock bis okay weiter 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 dann steckt der Wendel auch zurück ja perfekt und das war's für dich okay da ist ein Stockwerk konnten die Mitarbeiter hier ja bloß arbeiten finden ja nicht mal den Weg zu seinem Arbeitsplatz ich komme mir vor wie im Safeco was war das Siegfried guten Tag ich bin Siegfried ich bin Siegfried der Arten Trainer bist du hier um Team Schokke zu zerschlagen ich finde das schrecklich wenn Menschen versuchen Pokémon künstlich zu verstärken Team Schokke verpestet die Umwelt nur um starke Mutanten Pokémon fangen zu können das ist fast so schlimm wie der Zwischenfall beim See des Zorns ich habe jetzt keine Ahnung von der Rede ist dabei wenig Hilfe kann ich schaden dann los okay Leute damit beendet ich die Folge wenn es dir gefallen hat Daumen hoch im nächsten Part geht es weiter hier im HQ ich hoffe wir werden nicht wieder geröstet und ja bleibt dran bis zum nächsten Part Servus Tschau 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 tschau